Oder? Oder. Du mich auch. Schöne Grüße von... Hell. Wie kommst du jetzt auf den? Achso. Er hat mich gerade angeschrieben. Du musst mit mir let's play. Stafford. Das hab ich auch bereits gesagt. Was ich am Leichnam ihres Anführers entdeckt habe. Wir scheinen gerade rechtzeitig gekommen zu sein. Lambard. Das ist ganz sehr episch. Wie wollte ich das also bei Nacht angreifen? Ja, wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Yay. Magst du mir ein Nintendo 3DS checken, damit ich Ocarina of Time in 3D zocken kann? Ja, magst du. Ich weiß, danke. Okay. Hab ich davon jetzt irgendwas gesagt oder so? Na egal. Anscheinend mag ich dir das ja echt schinken. Schinken. Ich mag dir anscheinend ja echt schinken. Ja, schinken. Schinken. Nö. Ich bin lesbisch. Bist du auch lesbisch? Fotze. Aber es tut mir leid. Ich bin immer nicht lesbisch. Ich bin immer nicht lesbisch. Okay. So, was heißt. Ich kann nicht lösen. Wollen wir wieder Party feiern? Nein, dann muss ich Spanfobob machen. Nein, dann muss ich Spanfobob machen. Nein, nicht peinlich, aber... Ich will keinen Spanfobob machen, wenn ich lesbische. Das wird mich gerade echt wegflashen, glaube ich. Ich glaube... ...dann würde ich hier voll den Schreikrampf kriegen. Auf der... Ah... 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 Spanfobob... Spongebob... 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 Sie haben einen Stein gefunden. Wow! Ich habe einen Stein gefunden! Sie haben Post! Ja! Oh mein Gott, ich habe einen Stein gefunden! Ich habe ein Glas voll Dreck! Ich hab ein Glas voll Dreck! Ich hab ein Glas voll Dreck! Betrag mal, was da drin ist! Dreck! Dreck! Geh jetzt aber gut! Sag mal, haben die aufgehört, was haben die? Ich guck mal noch! Aufgehört der rotliche Polenzus! Ein bisschen! Musst du gucken! Er steht neben dem Wolf und verfehlt ihn! Das ist doch der für ein Drecksack! Entschuldigung! Ich hab das jetzt nicht gesagt! Oh, Mann! Ich hätte jetzt nicht geradezu dem Bild im Fernsehen äußern können, nur das hätte sich komisch angehören, hätte ich das gesagt! Weiter geht's! War unverständlich, oder? Es wird hier! Okay. Äh? Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, Mann, boah, hat die dicke Titten, also! Sie hat zwei ganz, ganz dicke, dicke Titten! Dicke Titten! Und auf diesen dicken Titten fahr ich schlitten! Ich kenn das Lied auch mal! Ja! Ein bisschen mehr Elam, wenn ich bitten darf! Nein, das machen wir jetzt nicht! Sonst willst du dir noch FSK 18! Apeinander! 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 Dann setz dich halt oben in die Beschreibung rein, FSK 18! Okay! Nein! Torn wüß! Der Feind ist vernichtet! Gibt's irgendwelche Zelda-Hacks? The Legend of Zelda-GP-R-Hacks! Boah, da sind ja noch mehr! Hacks! Da hinten ist auch noch einer! Ich bin umzingelt! Mama! Mama! Ich rufe noch mal an! Jungenweine! Du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen! Ach so scheiße, sie kennt's auch! Das musste ich damals in im vierten Schuljahr bei der Abschlussfeier singen! Das tut mir geil! Ja, es war leicht peinlich, aber... ...ich mir nicht! Okay, aber... ...am besten ist immer noch... Alita! Schwarz war ihr Haar! Die Augen wie zwei Sterne, so klar! Mexico, Alita! Alleine in Mexico, Alita! Alleine in Mexico, Alita! Oh Mann! Komm her, wir singen jetzt! Das kleine Krokodil! Das kleine Krokodil! Baby High! Baby High! Großer High! Ich hab irgendwie Ressourcen vergessen! Oh Mann! Und wir sind so durch! Mein Spiel hat sich aufgehangen! Oder auch nicht! Hab ich schon gesagt, dass wir durch sind? Ja, so ein bisschen gefährdet! Wie durch! Guck! Achso! Oh ja! Dann bin ich da beruhigt! Ich geh schon wieder da gucken, obwohl ich weiß, dass ich nicht genügend Geld hab! Das ist ein bisschen dämlich! Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme! Ich hab gar keine Uhr gestartet oder so! War das jetzt klug oder war das jetzt doof? Ach, da steht ein Macker! Deswegen ist das rot! Was tut der denn jetzt vor mir hier? Attacke! Straße! Süi! Sü- lü- zu! Wie er nicht reagiert! Er von uns zu hin und weg! Hu- defeat! Jetzt reagiert er, sag mal! Achso, guckst du dir wieder Leute an, ja. Das kann man jetzt auch echt falsch verstehen, danke. Von mir denkt... Egal. Du guckst dir keine Leute an, du guckst dir Spiele an. Richtig? Ja, ich such mir gerade irgendwie einen Hack, aber... What the fuck war das für eine Map? I don't know. Holy shit. Die ist mal komplett anders. Dann, nehmen sie die hier. Okay. Nein. Boah, hier sind so viele Leute, die mich töten wollen. Das ist echt creepy, freaky. Was weiß ich. Friday. Das ist echt freaky, freaky, freaky. Freaky, 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 freaky. Shards of Might. Suchen wir danach. Auch hier. It is neither Shards of Might. Deine Betas sind da rausgegeben. Warum Beta? Nein, das war nicht, aber egal. Find ich scheiße. The Legend of the... What is the Christian Pack? Version 3.0 Final. Oh, toll. Da sind überall Magia-Punkte. Ich... Das war auch gerade cool. Ich fange an zu reden und trinke dabei. Das finde ich episch. Das lade ich mir. Falls es noch oben ist. Ja! Ähm, war's alles okay? Vielen Dank, Mist. Ja, 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 ja. Es tut mir leid, die Scheiben hat irgendwie einen Hangout oder so. Das klang schon wieder pervers, wenn es aus deinem Hunde kommt. Es tut mir leid, es tut mir leid. Du kannst es einfach. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Was ich sage, denkst du, und gleichzeitig sage ich es, und daher ist dein gedachtes, mein aufgesagtes. Wenn du mitgekommst, bist du gut. Oh mein Gott, Roland hat vibriert. Entschuldigung, wieder vibriert. Und wieder vibriert. Das Zeichen ist blau. Das Schwert hat ein Auge. Ich will nicht wissen, was du bei dir vibriert hast. Ähm. Du bist so eine Sau. Du bist ernsthaft so eine Sau. Ich bin keine Sau. Was soll ich tun? Ich bin gleich frustriert, weil du mich dauernd Sau nennst. Ein Krieger des Imperators. Mhm. Puzzle Dude, Omega, SEPH, Dupeman and Francaa, präsent. Zelda 3, God of the Wisdom. Version 3.0. Tolles Intro. Echt, tolles Intro. Cool. Ey, wir sind wieder drauf. Der Feind ist vernichtet. Hallo, ich fragte dich nach der Uhrzeit. Wir haben 03.18. In der Nacht, wohl bemerkt. Ja. Ich hatte irgendwo noch Schokolade. Ja, was wolltest du sagen? Entschuldigung. Ich muss jetzt erst mal über deine, ich hatte gerade nur Schokolade im Weck. Ja, die ist aber irgendwie gerade leicht geschmolzen. Das finde ich schon wieder eklig. Ähm. Rede, ich hab einen Unfall. Oder rede nicht. Ich frage jetzt nicht, warum deine Schokolade geschmolzen ist. Okay. Sie lag auf dem Rechner. Ja, darum bin ja ich nicht. Ich trage voll die hässigen Klamotten. Hä? Wieso ist der Fixpunkt denn jetzt erst aufgetaucht? Freak ihn aus. Was ist denn, Wolf? Äh, egal. Oh nein. Das ist wieder so ein sinnloser Let's Play-Teil. Einmal bitte wieder komplett durch. Hast du mir dazu gehört, dass dieser Let's Play-Teil irgendwie sinnlos ist? Ja, vor allem, weil, weil ich nicht sehen kann, was du tust. Und deswegen kann ich da nicht eingreifen. Bei deinem, wie ich im Handel wahrscheinlich. Ja, du wiesst nicht, was ich mache. Und daher weißt du nicht, was ich mache. Und das ist dann langweilig. Daher weiß ich nicht, was du machst. Das erinnert mich an. Mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen. Wo ist die scheiße fitte Karte? Weiß ich nicht. Warum kann ich die Karte nicht aufrufen? Nach oben, links, dann rechts. Wo zum Teufel muss ich überhaupt hin. Dann links, dann geradeaus und nach unten und dann links, rechts, geradeaus. Ne, jetzt mal im Ernst, die Raktionen sind echt scheiße. Input kommt rechts. Die haben sich aber nicht verändert. Warum kann ich denn keine Karte aufrufen? Bring it on! Kaboom! Ähm, okay. Sei krass. Karte gefunden. Ach du Heilige, ach du Heilige, wo muss ich überhaupt hin? Wo ist das ein ficktes Schloss? Dann such, mach die Augen. Das Schloss ist weg. Alter, was für eine Karte. Ich komme nicht auf mein Licht. Ich gehe einfach jetzt weiter. Einfach weitergehen. Aber ist okay, oder? Okay. Was machst du hier draußen, kid? Geh! Nein. Was ist denn da? Wir sind Rebell. Äh, nein. Äh, äh. Ich sehe nicht so. Ich habe die Wölfe tot gehauen. Ich will den Punkt, ich will den Fixpunkt. Ich will das kleine gelbe Kröschen. Ach nein, das... Ich habe gesagt, ich will den Fixpunkt, ja? Hauch mir hier jetzt nichts perverses rein. Ich habe aber nur Fixpunkt gesagt, du blöd Mann. Du kannst mich einfach rein. Ja, siehst du mir den Fixpunkt? Du weißt, dass ich das... Hochladen? Äh, oh Mann. Ah, ich werde das ja auch nur hochladen. Das wird jeder sehen können. Nein. Dann lasse ich dich jetzt extra nicht durch. Lass mich hier durch. Ich... Hier stehen überall Wachen rum. Ja, oben, links, rechts. Ich weiß, wie ich mich hin muss. Ich gebe einfach alles Gras noch, was ich hier finde. In der Hoffnung, dass da irgendwo ein Geheimgang ist. Also hier anscheinend schon mal nicht. Boah, die Wachen folgen mir aber auch auf Schritt und Tritt, wie weißt du dir? Da ist eine Höhle, ich Idiot. Warum gehe ich da nicht sofort rein? Wie gut, dass ich nicht weiß, wie lange ich schon aufnehme. Schlau, oder? Einheit in Marsch gesetzt. Hauptsache, man sind mit Pfeile und Bomben. Obwohl man die gar nicht einsetzen kann. Kann ich da runterspringen? Anscheinend nicht. Verdammte Scheiße. Wo muss ich lang? Wow, die haben, die haben... ...einen Ork dabei. Ich höre, Herr. Oh, das ist total toll. Oh, das ist total toll. Was ist das? Das finde ich cool. Ich will nochmal. Ja, mein Magier hat gerade so bumm, bumm gemacht. Warum aktiviert sich das? Weil ich mir nicht zuhören soll. Ich mag. Ja, mein Magier hat den einen Fraggle angeguckt. Der Magier hat irgendwas getan. Und dann hat das so bumm, bumm gemacht. Und dann kamen dann ganz viele Kugeln vorm Himmel. Ja, das war voll Scream. Ja, das war voll Scream. Äh, scary. Okay. Das war voll cool. Okay. Ich bin heute ein bisschen glücklich. Das war voll Scream. Ja. Jetzt kommt das schon wieder. Das ist voll geil. Boah, ist das geil. Da ist eine Boss-Tür. Alles klar. Was muss ich hier eigentlich jetzt machen? Warum geht's noch durch? Warum steht mich denn die scheiß Schattur da? Wenn da jetzt ein Schalter ist, dann heult. Da ist ein Schalter, was ist das? Scheiße. Mach ihn um. Äh, mach ihn um. Ja, mein ich doch. Leg ihn um. War jetzt auch. Pass auf, du. Der Feind ist vernichtet. Hat er da im Fernsehen jetzt gerade echt schwulen gesagt oder hat er da schulen gesagt? Ja, das ist echt schlimm. Diese verdammten Schulen, ey, ne? FITIF, was ein Umweg. Ach so, da kann ich noch gar nicht hin. Oh, da ist schon wieder so ein tolles Elfenbild. So, ich glaube, ich mach jetzt noch bis da so und dann... Guck ich gleich noch mal. Lol, ich bin gerade an einem Idioten so vorbeigerannt. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich diese scheiß Schattur verschoben habe? Weiß ich nicht. Es dauert jedenfalls jahre. Hm. Okay, ich glaube, es ist irgendwas passiert, aber ich weiß nicht was. Ach, da oben ist die Tür aufgegangen. Oh nein. Alles klar, später durch. Wie cool. Da ist Zelda. Ich habe Zelda gefunden. Ja, ich darf mit einem Fixpunkt-Geist spielen. Habe ich jetzt wieder richtig ausgesprochen, ja? Oh, die lauten mir jetzt viel. Ist die schön! Kann sein. Oh, sind die cool. Oh, ich muss die kaputt machen. Oh Mann, du. Oh. We must find a way out, immediately. Oh, falsche Tasse. Scheiße. Na, ja, Jan, lass dich erstmal von diesen scheiß Soldaten finden. Lass dich mal diesen scheiß Soldaten liebkosen. Oh Mann. Scheiße, ey. Muss ich eigentlich lang? Warum kann ich nicht rennen? Oh mein Gott, der Weg war jetzt voll... Das war jetzt voll sinnfrei, glaube ich. Das bringt sehr viel. Der Maka zieht mir Punkte ab und jede Runde kriege ich Punkte wieder drauf. Also eigentlich... Ja. Ja. Ich verfehle ich den Maka schon gedacht. In your face. Und nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich erstmal... Weiß ich nicht. Aber das ist so ein Endloskampf hier gerade. Jetzt hakt es wieder. Ich kann bestimmt zwei Folgen aus diesem Part jetzt schneiden. Weil alles in einem Hochladen wäre bestimmt lachmeilig. Ja, dann gucke ich nachher einfach viel langer. Wer weiß. Nimm nichts. Oh nein, die Tür ist wieder zu. Ja, aber ich gehe bald auf Schlafen und so, glaube ich. Nein. Cool. Ich glaube, ich auch. Ja, schlafen wird wieder gewertet. Ich brauche das auch nicht. Oh, ich muss das vorlesen. Ich schlafe. Ey, die haben Schreibfehler in den Text gebaut. Da steht, wie konnten Sie feiern hören? Barbaren. Das heißt, wir. Ja. Lambert, Sie haben es gewagt, im Herzen der Kräuter zu schlagen? Oh mein Gott. Eben, ich versprach viele. Wo sind Sie? Bauer, danke, Herr. Vielen Dank. Aber es waren nicht alle Räubern im Lager. Andere zogen nach Norden und raubten dort weiter. Wenn ihr zufällig dort hingehen solltet, färet ihr so, mir nicht auch diese Bastarde anzunehmen. Ich kann schon nicht mehr lesen. Lambert, natürlich wäre die Pflicht, die es sollte haben des Empiriums. Ich kann echt nicht mehr lesen. Toll, jetzt soll ich da weiter hochlaufen. Ich sollte vielleicht... Ich sollte vielleicht vorher die Vasen zerstören, damit ich das Statue draufschieben kann. Und ich hätte vielleicht nicht auf das Haus klicken sollen. Also das ist jetzt ein bisschen unfair. Ja. Ja, Zelda, ich weiß es. Geh mich auf den Sack. Ich kann den Weg sehen. Warum kann ich den Weg sehen? Oh mein Gott. Fall, fall, stirb. Nein, nicht mich. Ich habe nämlich gerade voll was falsch verstanden. Aua. Boah, willst du bitte einfach sterben? Danke. Boah, das Spiel hängt. Eine Bombe. Noch eine Bombe. Noch eine Bombe. Ich bin runtergefallen. Wenn ich jetzt kein Herz kriege, dann sterbe ich. Was kann ich für euch tun? Lass mich raten, drin ist ein kleiner Schlüssel. Okay. Wow, ich bin ja so schlau. Rubine, Rubine, en masse. Ich brauche aber ein Herz. Und das ist ein Herz. Dieses Piepen gemäht auf den Sack. Muss ich da jetzt weiter hoch oder nicht? Ich gehe einfach mal. Ja, da steht jemand. Aber wo? Ach da. Ach da steht der Bastard. Warum hinterlasst ihr mir keine... Oh mein Gott, nein. Ich glaube, einen Kampf mache ich noch und dann cutte ich das. Ein Herz. Was soll ich tun? Was ist hier drin? It's locked. Aha. Hm. Soll ich jemanden erschießen? Soll ich jemanden erschießen? Was ist... Da ist der Switch, da ist der Switch, da ist der Switch. Oh oh oh. Aua, 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 aua. Ich bin tot. Game over. Bring it on. Ich finde das episch. Oh, hau ab. Na, 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 na. Na 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 Okay, so legt man den Bomben Alles klar, gut zu wissen Oh, wie episch der Magier ist, ey Kann mich da ja reinknien in seine Attacken, ne? Was soll ich tun? An Schwerkämpfern sind in der Erde Wir gehen zu dritt auf einen los, das ist auch wert Cool Jetzt ist mein Hexenmeister tot Oh nein Ja Sagen wir einfach, er hat's verdient Dein Hexenmeister Ey, wo läuft der Bomben, bist du da drin, ist er dumm? Möchtest du darauf eine ehrliche Antwort haben? Er nimmt keinen Ehren um sein Leben, ist dann ja Gut, dass du das einsiehst Ja, er ist dumm Ja, er ist dumm Lauflambe Hier Vor allem, weil ich's gar nicht einsehen muss, aber okay Yay Der Feind ist tot Da ich jetzt keine Lust habe, weiterzumachen, doch, ich hab natürlich Lust weiterzumachen, nur Mein, ach nö Ach doch Schon wieder tot Ich hab' da gleich eine beschissene Stelle wie vorher auch, das ist doch echt Ich mein', ist ja nicht so, als müsste ich dann wieder 25 Kilometer laufen, oder so, ne? Nein Nee, das ist nie so Nee, das ist nie so Aber ich kann das Ja Aber ich leide an dieser Stelle jetzt Aber ich müsste jetzt eh wieder zurücklatschen, um meinen Heckenjäger wieder zu beleben Und das hab' ich jetzt gerade keine Lust Und das erspeichern wir auch das nächste Mal, also mach' ich hier einen Cut und speichern ihn jetzt mal Und dann sag' ich mal Ja, Runde 19 ist okay Ähm Tschüss und bis zum nächsten Mal Arrivederci Ja, genau, tschüdelü Arrivederci und Goodbye Tschüdelü Und äh Ja Special Guest und so Dankeschön Ich nicht Du bist aber Special Guest Naja, egal, wir wollten jetzt gehen Tschüss Bitte noch mal warten Jetzt sag' du nicht Meier schon los Tschüss Boah, jetzt hör' endlich auf Selbst nimmt es nicht an Ja, ich bin Ja, ich bin Ja, ich bin Ich bin